Hi ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Wir sind Vanessa und Ina. Ja, heute geht es um einen Vlog, weil ihr euch nochmal einen Vlog gewünscht habt. Und ich muss 24 Stunden essen, was Ina isst. Beziehungsweise ist jetzt schon 24 Stunden her, also ist jetzt abends und wir haben drei Mahlzeiten schon gegessen. Und warum Ina so geschminkt, ist so krass. Falls ihr das wissen wollt, was ich essen musste von Rollmöpsen, was ich total eklig finde, bis zum Ziehenkäse. Dann schaut euch jetzt das Video an und viel Spaß damit. Wir sind jetzt um 8 Uhr aufgestanden und jetzt fangen die 24 Stunden an. Also wir machen, bis wir heute Abend schlafen gehen, werde ich glaube ich das gleiche essen, was Bubu heute isst. Jetzt bin ich mal gespannt, Schatz, was isst du zum Frühstück jetzt immer? Also ich kann schon mal erzählen, ich esse sonst eigentlich immer Brot oder Brötchen mit Schokolade. Wir werden heute eine Stulle, äh ne Quatsch, wir werden heute eine Schale mit Müsli als erstes essen und anschließend essen wir noch ein Brot. Also ich finde erstens Müsli ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag das einfach nicht, Ina isst ja jeden Morgen Müsli. Du kannst das essen, du sollst ja das essen, was du willst. Also Bubu macht jetzt Joghurt mit Müsli und Himbeeren drauf. Also eigentlich voll gesund. Ist das dein Ding? Nein. Ne, also ich mein Ding, weil ich sonst halt immer wirklich einfach eine Schokolade auf mein Brot mache. Und jetzt sind hier welche Himbeerpackungen ausgepackt. Du bist voll lieb, dass du mir auch eine Portion machst. Dankeschön. Jetzt kommt Müsli. Das wird aus meinem Schokoladenbrötchen heute. Himbeeren mit Joghurt. Ich habe mich so gefreut auf mein Frühstück. Wir essen doch eine Stulle. Ja, aber auf der Stulle machst du schon Ziegenkehre drauf oder so was. Oder ein Rollmops. Ne, du isst keine Rollmops für vormittags, oder? Du isst das immer Abend. Mal gucken, ob ich heute doch vielleicht Appetit habe. Ah, du bist ja nett. Aber ich habe noch ein bisschen eine kleinere Portion bekommen. Das ist sehr lieb von dir. Mit so großen oder kleinen? Einen großen Löffeln. Also das sieht sehr lecker aus. Und es schmeckt bestimmt auch super, aber ich bin halt eher so der Mensch, der Schokolade zum Frühstück isst. Oder so Crochons oder sowas. Und ich bin halt nicht der Mensch, der Früchte einfach isst morgens, ne? Oder? Du bist leid, Schatz. Ich bin so der süße Mensch, oder? Morgens, ne? Ich esse eigentlich immer nur... Also morgens bist du nicht süß, aber du isst es auf jeden Fall süß, ja? Und du bist so ein Assi. Oder der Moment der Wahrheit. Lecker, ne? Also die Himmelde-Joghurt schmeckt mir. Das mühs nicht schmeckt mir. Überhaupt nicht. Das ist mir zu unsüß. Das schmeckt so wie, weiß ich nicht, so ein frittierte Cornflakes ohne Öl oder sowas. Ich weiß nicht. So. So, jetzt ist eine Stulle im Toaster. Was machst du denn drauf? Oh, ich weiß nicht, was ich drauf mache. Ich muss gucken. Unsere Auswahl ist begrenzt. Und wo wir essen, glaube ich, Zinkäse. Das ist ja lecker. Macht man da noch was drunter? Drunter? Das ist doch Käse. Ja, also ich habe Zinkäse erst einmal in meinem Leben gegessen und ich fand das halt richtig eklig. Ja. Man kann mir halt auch nicht vorstellen, sowas morgens oder allgemein am Tag zu essen. Na dann, wirst du es jetzt probieren. Iss es ja auf. Ich mag den Käse sehr gerne. Aber wenigstens ein halbes, oder? Hier, das halbe ist für dich. Und das ist von der Ziege. Lecker. Nee. Nein, doch. Das riecht nach Ziege. Und das schmeckt auch danach. Schau, das ist doch lecker. Oh, ich weine gleich. Nee, ich esse sonst immer Schokolade. Und jetzt esse ich so ein leckeres Ziegenbrot. Muss man alles bei der Talent aufessen. Und dann haben wir jetzt ein Schlussbüro. Noch eine Lektarine. Ach ja, dann fertig mit dem Frühstück. Krass. Ich freue mich auf meinen frischen Morgen. Ina telefoniert gerade mit meiner Mom da hinten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die öfter telefonieren als ich mit meiner Mom. Auf jeden Fall haben wir gerade eine E-Mail bekommen. Ja, wir haben nämlich eine Parkstation hier ganz in der Nähe. Und ja, da schickt ihr uns immer eifrig Briefe oder Pakete manchmal sogar auch hin. Und wir kriegen dann immer so eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn was Neues in der Parkstation angekommen ist. Und die Parkstation wird natürlich nur bis zum 1.7. da sein, weil wir ja dann umziehen. Und dann werden wir eine andere uns wahrscheinlich holen, aber dann gilt die Adresse nicht mehr. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt da hinlaufen und mal schauen, was da drin ist und das zusammen mit euch auspacken. Und dann werden wir auch Mittag essen. Mal gucken, was Bubu sagt, was wir essen sollen, weil sie dafür heute entscheiden, was wir essen. Und ich muss damit klarkommen. So, wir sind jetzt bei der Parkstation. Es regnet ziemlich doll, aber wir haben beide einen Schirm. Es hat gerade angefangen, als wir losgegangen sind. Jetzt müssen wir noch kurz warten, wenn jemand vor uns ist und dann werden wir ein paar Briefe von euch abholen. So, wo geht's auf? Oh mein Gott. Was denn? Ich will auch gucken. Das krieg ich ja nicht an. Ach du, meine Güte. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Oh, da muss ich jetzt mal nicht schön. Oh Gott. Kannst du meinen Schirm machen? Ja, ich halte. Was ist das denn? Eine Flasche raus. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Und noch ein Päckchen. So, jetzt gehen wir noch schnell zu anderen Parkstationen, weil wir haben zwei. Weil dort werden, glaube ich, immer die Pakete, größere Pakete abgegeben. So, hier ist jetzt die zweite Parkstation. Und zwei Sendungen sind drin. Warte. Gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet. Das ist schade. So, wir haben jetzt noch zwei Pakete von euch abgeholt. Das ist ja mal richtig süß mit diesem Blumenpapier. Und das packen wir gleich alles zu Hause aus. Also lassen wir jetzt nach Hause und hoffentlich kommt alles trocken an. Da es so geregnet hat, haben wir jetzt doch beschlossen, dass wir zu Hause Essen kochen. Und Bugu, du darfst dir aussuchen, was wir essen. Und was hast du dir entschieden? Wir essen heute Nudeln mit Tomatensauce. Allerdings, ich weiß nicht, ich habe die schon alles so noch nie gehabt. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken wird. Ja. Also damit bin ich eigentlich ganz fein, weil ich mag Nudeln sehr gerne. Und ich bin gespannt, Bugu wird es dann so würzen, weil sie macht sich ja immer mehr Pfeffer und sowas alles darauf. Und ich werde das dann so essen. Und nebenbei, während das Ganze hier kocht, werden wir auch eurer vielen Pakete, äh Briefe auspacken. Und versuchen auch direkt zu beantworten. Das kocht ja von allein. Easy. Ja, und wir nehmen euch dabei natürlich jetzt mit. Wir haben hier so eine Kiste und wir haben uns ein Autogrammkarten machen lassen. Ich glaube, das waren so 300 Stück oder so. So, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich schmeckt es doch noch gar nicht gut. Da haben wir noch ein bisschen Pfeffer reingemacht. Das ist eine gesunde Menge Pfeffer. So Leute, unser Mittagessen ist jetzt fertig. Wir haben jetzt, oh, hier ist ein Haar. Wir haben jetzt eine Riesenportion Pfeffer. Das ist so ein Ferkel. Wir haben jetzt eine Riesenportion Pfeffer drauf gemacht. Geht es noch oder hast du schon Atemnot? Nee, es ist wirklich okay. Es ist wirklich okay, siehst du. Schmeckt lecker? Ich würde es euch ja zeigen. Es ist nur ein bisschen kalt schon. Wir würden es euch ja wirklich zeigen, aber es sieht nicht ganz so appetitlich aus. Wir werden jetzt also ganz schnell essen. Du zeigst es auch. Wir werden jetzt also schnell essen und dann werden wir uns an die Briefe setzen. Wir haben jetzt diesen ganzen Stapel hier. Ich kann das nicht so zeigen, weil nicht, dass man Adressen sieht. Und das ist immer unsere Nachmittags- bzw. Abendaufgabe. Deswegen, also wir holen dann immer die Pakete aus. Also eine Runde am Tag machen wir jetzt immer. Außer jetzt am Wochenende, also am Sonntag oder Feiertag. Aber dann, wir schaffen auch immer nicht alles. Deswegen, wir nehmen uns dann immer so eine Handvoll hier raus einmal. Und dann bearbeiten wir die und dann machen wir die anderen am nächsten Tag. Wir starten? Ja, wir starten. Voll cool. Der Postbote, warte mal, hat einfach ein Gummi um die ganzen Briefe gemacht, weil es so viele sind. Das ist so krass. Tag mal. Das ist am ersten Briefdruckstest von Oliver. Ai, wie schön. So, und der nächste. Briefumschlag, Autogrammkarte steht da drauf. So, dann schauen wir mal, was uns hier noch erreicht. Hier ist ein Briefumschlag für eine Autogrammkarte. Und zwar ist da nämlich eine Briefmarke drauf. Und die Adresse, also da, wo es hingehen soll. Wenn wir sowas von euch bekommen, dann versuchen wir mal zu antworten. Und dann gibt es diese Karte hier. So, Nessie. So, ich bin hier gerade überfordert. Alina. Oh mein Gott, wie süß. Oh, Kappe. Oh, Kappe. Ja. Ich hatte die Erasmus-Süßes, was du gerade eben gezeigt hast. Richtig kürzisch, danke. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist auch ein ganz langer. Wir können das jetzt hier nicht alles zeigen, weil nachher steht da irgendwas drauf, was privat ist. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig süß. Das ist so ein XXL-Briefs. Was ist das? Ein Herz. Ein Herz. Ach, wie cool. So selber gebastelt. Da steht V und I ist gleich Love drauf. Ja, und wir haben eine Kiste nämlich, weil viele uns fragen, was macht ihr jetzt mit den ganzen Briefen? Also, da wo ein Rücksumschlag drin ist, da schicken wir uns zurück. Und da, also ansonsten haben wir eine große Kiste und wenn wir jetzt umziehen, dann wird die Kiste auch endlich größer, wenn wir mehr Platz haben. Ja, also jetzt haben wir eine ganz schön enge Kiste, die müssen wir immer wieder ein bisschen zusammendrücken. Hier ist auch ein Rücksumschlag drin. Hi Vanessa und Ina, ihr zwei seid meine absoluten Idodo und ich hab euch ganz doll lieb. Immer wenn ihr live seid, bringt ihr mich zum Lachen und ihr seid einfach so toll und extrem süß zusammen. Außerdem finde ich euch voll hübsch. Fühlt euch geküsst und umarmt. Außerdem sind eure Videos großartig. Bitte die Adresse nicht weitergeben, das machen wir natürlich nicht falsch. Wie süß. Das ist ja richtig niedlich. Cewi, cool, Ovi, offen. Ovi, unterhaltsam, Pewi, perfekt. Lebenslustig, einzigartig, offen, natürlich. Toll. Unterhaltsam, romantisch. Dankeschön. Dankeschön. So, wir haben jetzt ein bisschen am Computer gesessen und haben ein Dreiviertel Bananenbrot gegessen. Leute, ich hab ein ganzes Bananenbrot gewacken und das ist nur noch davon übrig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir das demnächst auch noch aufessen wollen. Ich hab also genau so viel gegessen wie Ina. Also ich hab immer das gegessen quasi, was sie erst gegessen haben. Aber das ist echt lecker. Wir haben zwei dicke, fette Stücke beide gegessen. Und ich könnte ehrlich gesagt jetzt, ja, gefühlt schon wieder eins vertragen. Und jetzt bereiten wir uns gerade vor. Ah, und wir haben richtig viel Post fertig gemacht. Also wir haben die komplette Post fertig gemacht. Also nicht nur ein Teil, sondern die komplette Post. Und wir haben, ich glaube, so einen dicken Stapel an Briefen, die wir wegbringen gehen. Ja, ich kann mal kurz. Wartet, Bubu zeigt euch den Stapel. Diesen fetten Stapel werden wir auf jeden Fall noch wegbringen gehen. Aber wir werden jetzt erst mal gleich unseren Livestream starten. Ja, und dann wollen wir heute noch Fotos machen. Also wir haben unser Stativ einfach auf die Straße gestellt. Und haben uns einfach hergestellt von der gelben Wand. Also das ist halt eigentlich ganz gut geklappt. Aber wir mussten erst mal abpassen, weil es hat die ganze Zeit geregnet, Sonne geschiehen, geregnet, Sonne geschiehen. Wir haben uns zweimal angezogen und, ja, konnten halt dann nicht losgehen. Ich bin so gespannt, dass du jetzt gleich zum Angrot ist, ne? Ja, also auf jeden Fall eine Rollmops, kann ich schon mal ankündigen. Nee, wir haben noch gar nicht zwei Rollmops, oder? Doch, Schatz. Nee. Auf jeden Fall wird es für dich eine Rollmops geben. Nee, das wird tatsächlich, da breng ich ab. So Leute, ihr wundert euch vielleicht, warum ich so aussehe. Wir hatten gerade einen unglaublich coolen Livestream mit Doreen. Und, ja, wir haben uns sozusagen gestylt als Shopping und waren shoppen. Und, ja, wir hatten das Motto 80er Jahre. Und hier seht ihr ein bisschen was von meinem Outfit. Vielleicht kann Boku ja mal ein Bild anblenden, wie ich eigentlich aussah. Ich hatte auch noch andere Haare und noch ein bisschen mehr Schmuck. Auf jeden Fall werden wir jetzt Abendbrot essen. Und ich weiß noch nicht, ich gucke jetzt gleich mal in den Kühlschrank, was es für mich heute zu essen gibt. Ey, bitte, mein Make-up nicht, das ist so krass. Und jetzt macht Boku uns erstmal, beziehungsweise sich oder uns, was essen wir jetzt? So einen Salat? Einen Salat mit Fetakäse? Du magst ja Fetakäse nicht so gerne. Nee, das Fetakäse mag ich nicht so. Tut mir leid. Und allgemein stehe ich auch nicht so auf Salat. Ich bin halt eher so der Mensch, der so gerne Fastfood und sowas isst. Und Nudeln und halt so Schokolade. Und Ina ist halt irgendwie so der Typ Mensch, der auch halt voll auf Gemüse und Obst isst. Ich glaube, ohne Ina würde ich, glaube ich, nie Obst oder Gemüse essen. Boku, das ist aber wichtig. Ja, also essen wir jetzt diesen leckeren, gesunden Salat. So Leute, das ist jetzt die letzte Mahlzeit. Das ist alles, was Ina essen würde. Ein Brot mit Tomate, mit Frischkäse, einen Gurkensalat, so einen ekligen Joghurt mit Eiweiß und einen Rollen-Mobs. Da wir nur noch einen haben, müssen wir uns den teilen. Also uns persönlich hat der Blog richtig viel Spaß gemacht. Falls euch dieser Blog auch gefallen hat, gebt dem Daumen ein Video nach oben. Ich werde jetzt das hier essen, das irgendein Zeug hier. Ey, mein Salat schmeckt dir. Ich probiere jetzt erst mal. Also gut, bisschen sauer. Der Feta-Käse ist sehr viel. Ich mag Feta-Käse halt nicht, ne? Leckere Rollen-Mobs. Also ich mache die Gurke immer raus, kann ich direkt sagen. Ich mag die Gurke nicht und dann rolle ich den wieder ein. Ich kommentiere mal unbedingt, ob ihr Rollen-Mobs klein seid oder nicht. Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich probiere es. Und ich verstehe auch nicht, Ina isst es nicht mehr auf dem Büro, sondern Ina isst es einfach so. Bitte. Deine Hälfte. Ist ja wie Dschummel-Kämm. Lecker. Ganz im Roksen musst du essen. Das ist so eklig. Warum isst du denn so was zum Abend? Kannst du das nicht morgen essen? Komm, hau rein. Ja, hau rein. Wirklich gerne heute, ne? Ich mag wie eine Fischhalle. Also mein Highlight war heute auf jeden Fall der Zin-Käse, der Feta-Käse und der Rollen-Mobs. Kannst du sowas essen? Mh, das ist so lecker. Für dich ist es nicht noch diese eckige Gurke da drin. Ja, ihr Lieben, damit beenden wir jetzt auch den Vlog. Ja, ich esse jetzt noch mein leckeres Brot auf und werde jetzt noch meinen Gurkensalat essen und den Joghurt. Und dann werde ich morgen auch wieder ganz normal essen, so wie ich das essen würde. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir wollen öfter Vlogs machen, falls ihr auf jeden Fall darauf Bock habt. Deswegen lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und ansonsten sehen wir uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Aber da ganz gewohnt, wahrscheinlich wieder mit einer Challenge oder einem Rede-Video. Dann blenden hier nochmal unseren Instagram-Namen an. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, seid ihr immer auf dem Laufenden, was wir so machen. Wir stimmen auch manchmal bei Videos ab und so weiter. Also wenn ihr Bock habt, ein bisschen so mit uns zu interagieren, schaut gerne mal vorbei. Und danke fürs Einschalten. Wir haben euch ganz doll lieb. Kuss für dich, du Rollmops und Kuss für euch. Wir haben euch.